Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Diese Worte klingen unglaublich, auch noch am Tag danach. Unfassbar, richtig tolles Spiel. Ich bin begeistert. Ich habe es mitverfolgt. Super Leistung. Der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Basketballs wird nach Abpfiff groß gefeiert. Mittendrin Bundestrainer Gordon Herbert, langjähriger Coach der Frankfurt Skyliners. Höhepunkt, der Gewinn der Meisterschaft 2004. Nach dem Finalsieg über Serbien gestern ist der Erfolgstrainer erschöpft, aber glücklich. Ich bin einfach stolz auf die Jungs, der Zusammenhalt, der Einsatz und die gegenseitige Unterstützung. Ich kann das aktuell alles noch gar nicht begreifen. Stolzer als der Trainer selbst sind an diesem besonderen Tag eigentlich nur die Eltern der Spieler. Sie haben Basketball-Geschichte geschrieben. Bundestrainer Gordon Herbert und seine Feierbiester von Manila. Stolzer beiget ist nicht auf die Kirche. MDR 2 ist eine chose notarbe. Wir fragen. Aber nicht mehr. Wir sehen uns über die Jungs- cólips. Dann geht's mit der Erweilung anbieter. Wir sehen uns dann, wir sehen uns an, wir sehen uns bei den zwei. Vielen Dank.